Ein sicherer Arbeitsplatz erfordert ständige Wachsamkeit, oder? Aber haben Sie diese Risiken mit teuren Folgen gedacht? Schauen Sie sich zum Beispiel einmal diese typische Stahlleitplanke an. Haben Sie dies gesehen? Oder das? Was ist hiermit? Wir von Boplan helfen Ihnen, diese kostspieligen Risiken einzugrenzen. Unser breites und flexibles Produktportfolio an Flex-Impact-Rammschutzsystemen enthält ein umweltfreundliches und UV-beständiges Polymer, das weder rostet noch korrodiert. Es ist nicht nötig, nach einem Aufprall nachzulackieren, da das verstärkte Polymer mit aktivem Speicher bis auf den Kern eingefärbt ist. Unser Flex-Impact-Rammschutzsystem ist stabil, einfach zu nutzen, flexibel, modular, kosteneffizient und hat eine äusserst lange Lebensdauer. Durch den Einsatz eines umweltfreundlichen Polymers haben wir einen Weg gefunden, dass Dellen in unseren Rammschutzsystemen kein Problem sind. Das Flex-Impact-Rammschutzsystem ist optimal geeignet, um Verkehr von Fussgängern abzugrenzen und um ihre Mitarbeiter, Fahrzeuge und Böden zu schützen. Hier, hier und hier. Und wir haben auch dies, das und sogar das. Wann immer man auf ein potenzielles Risiko stößt, wir haben es im Griff. Schauen Sie sich alle Produkte von unserem Flex-Impact-Rammschutzsystem auf www.boplan.com an. Bei Boplan hat Sicherheit am Arbeitsplatz absolute Priorität.